Hallo zum fünften und letzten Teil der Vorbereitung von Annett auf die Theorieprüfung. Sie macht die Zahlenfragen und ihr seid live dabei. Sie möchten auf die Autobahn auffahren, welcher Fahrlinie müssen Sie folgen? Ja nur die 3 bringt einem auf die Autobahn, muss man ganz genau hinschauen, die 1 wäre viel zu früh, fährt man hier über die durchgezogene Linie, die 2 bringt einen hier in die gesperrte Straße rein. Also das hat sie gut gemacht. Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden? Ja, das sind die 5 Meter, die man einhalten muss. Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 Meter Sichtweite. Wie lang darf Ihr Anhalteweg höchstens sein? Ja, die sehr schmale Straße, das ist hier das Entscheidende. Es haben keine 2 Fahrzeuge nebeneinander Platz und dann, wenn einem Fahrzeug entgegen kommt, dann muss jedes Fahrzeug innerhalb der halben Sichtweite, also 50 durch 2 sind 25 Meter stehen bleiben können. Das hat sie gut gemacht. Wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken? Oh, das hat sie jetzt irgendwie durcheinander gebracht. Es geht hier um die Bushaltestelle und das sind 15 Meter bei der Bushaltestelle. Ja, sie ist irgendwie noch geschockt. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Ja, sie ist irgendwie noch geschockt. Ja. Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren? Ja, das weiß sie. Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde und haben eine Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? Ja, Reaktionsweg, das ist 100 geteilt durch 10 mal 3. Da habt ihr den Reaktionsweg. Und bei dem Parken nochmal diese 50 Meter außerhalb geschlossene Ortschaften und im Ort sind es 5 Meter davor. Hat euch das Video gefallen? Gebt mir einen Daumen nach oben, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ja, es ist f'